Okay, gut. Ich freue mich gerade, dass es schön warm ist und dass die Sonne scheint. Und ich auch und nachher sind wir zum See. Genau. Ein bisschen schwimmer. Genau, damit wir uns wieder abkühlen können. Und jetzt bin ich gerade zufrieden, weil ich gerade was gegessen habe. Jetzt fühle ich mich gut. Und das ist ein sehr schönes Kunstwerk. Genau. Finden wir auch sehr schön.